herzlich willkommen zu einer weiteren folge wie auch der marsch wir werden jetzt mit gehen mit ja mit der meisternte auffällt nummer 19 im sehen noch mal verdicht kriegen wollte ja vorher zu machen bevor wir loslegen pause gemacht und deswegen kurz schauen ja ja auch nicht fertig das heißt wir müssen mal ganz kurz dort starten und zwar lenkung geht nicht gut also lenkung geht schon aber muss man einstellen hier werden wir gleich zurückfahren und zwar was immer vorne so groß schafft könnte man folgendes machen können das gewicht anhängen ist nicht viel aber wissen schon und dann werden wir gleich nebenbei einsammeln und wieder auffahren ich weiß nicht genau ob die preise davon abhängig sind ob wir schon eine weile verkaufen obwohl wir kaufen und an einer bgh nicht an zwei ob man sich an der preise nicht auswirkt ich weiß es nicht ich habe extrem niedrige preise also 270 für das wenig so mal sehen jetzt aber hier hat takt und den und der geht ja für nicht sammeln Ja, dann haben wir eine Notdüse, ne? Haben wir hier lang. Ich möchte nicht dunkel hier. Ja, dann läuft alles, ich muss die Lenkung einstellen ganz kurz. Kurze Pause. Geht's hier Pause machen, Pause? Betriebenplan? Nein. Gute Morgen verstanden machen. Pause am Spiel, aber Pause am Spiel geht nicht, wenn Lenkung einarbeiten soll. Ich bin ein bisschen blöd jetzt. Ergert mich. Kannst du auch nicht fahren, weil er erinnert. Okay. Du du. Alles. Alles geht. Nächsten wenigstens vielleicht funktioniert. Entschuldigung. Muss sein. Kann ja nicht hier. Ohn Lenkung fahren. Und Ohnlicht. Oh. Lass das Tag fahren, Junge. Oh, jetzt haben wir vom Chef ein Feld eingefahren. Ohohohohohohohoho. Sooo. Auch heller wird's nicht. Oh, was ruggelt hier, die Windmühle, ah, ein Sägewerk, existiert auch noch, könnten wir Eise kaufen, aber aktuell haben wir keine Zeit, Spiegel, das sieht aus wie Nebel, ne, so sind gravierende Unterschiede, ob Spiegel oder ob ich vorne gucke, also extrem, als wenn der hier Mist spielt hier, oh ja, der ist gut, Dolly, so, wo ist er, ah, da, ja, genau, wir beiden Dolly angehängt, hab nur die Teichsel gesehen, hab ja was gewohnt, gibt echt nicht mehr Licht, nö, ja, so ist das, ich hab versucht, äh, Zeesen, Peter runterzuladen, ist mir nicht gelogen, äh, aber ich hab das Originalbeer genommen, die aktuelle Version, die offizielle, ja, weil ich dachte mir, äh, ich könnte da über, die Version, die neuere, äh, andere Preise kriegen für die BGH, ich hab da, äh, äh, es hieß, Verdacht, dass die die Preise drücken, oder, das auch sein kann, nur ganz kurz gucken, im Menü, als, äh, da, Silage, Silage, ja, normalerweise, ja, krieg ich doch ganz gute Preise, als ich wäre, im Sommer, das ist so, ich weiß nicht warum, keine Ahnung, ich weiß nicht, warum ich hier so, ich hab heut mal geschaut, im Video von Fett, und da habe ich gesehen, 540, na, das Doppelte, das ich hab, dann ist doch, äh, nicht schön, so, wir können jetzt auf Höhregeschwindigkeit gehen, das ist ja eh nachts, äh, auf 30, so dunkel war es schon lange nicht mehr, da fangen wir meistens gar nichts an, wir werden das eine verdichten, und dann werden wir das jeder davon ein bisschen rein kriegen, ne, dass wir hier bisschen was, äh, einsammeln, das war mal die Außenansicht, und zwar, so, auch weh, soweit fährt er gar nicht, glaube ich, wir sammeln mal hier vorne ein, wir sammeln mal hier am Rand ein, was wir kriegen, wenn die reiflich wären, dann würden wir viel besser mit klarkommen, aber, ich stell mal fest, wir haben fast alles eingesammelt, nun weiß ich aber nicht, ob, äh, noch, äh, Silage in der Mauer ist, äh, sehr wahrscheinlich, und ich vermute mal ganz stark, also ich weiß es nicht, ich mein, so haben wir das Coupé gekriegt, ne, bis da vorne noch, einmal kurz ran, hier so, das Gericht stört ein bisschen, so, mal kurz senken, wenn man so guckt, ist hier, ja, drin, und durch, aber gut, ich sag mal, das ist so, ne, können wir nicht ändern, ich krieg auch nicht mehr weg, aber gut, bisschen ackig vorne noch, da vorne, können wir vernachlässigen, ja, noch 15.000 ausgeholt, na gut, bisschen ackig vorne noch, aber, dann nehmen wir auch nochmal weg, wenn wir rumkommen, wir kommen nicht rum, fangen wir nach vorne an, ja, das ist leider so, ne, ob das sich, äh, allgemein auswirkt, das weiß ich nicht, hofft man nicht, ne, lass uns überraschen, dann weiß ich leider nicht, wieso er so wenig, er so viel hat, und nicht so wenig, für die BGH, das gefällt mir ja gar nicht, aber mal sehen, was heute Nacht kommt, das ist ja bald soweit, da kommen wir rüber, ne, jetzt, er legt ja vorne auf, ne, ja, nicht mehr, da war voll, ich wollte sagen, er macht gerade wieder, ne, ne, wieder voll, zum gleichen Zeit, so, mal sehen, da wird ja gleich wieder das runterkratzen, aber nochmal, so, normal, wir müssen ja gleich weg, das ist sowas von lästig, mit dem, mit dem Dings wird auch nicht schöner, wir haben auch keinen hier, wir müssen ja so immer einen Radlader kaufen, dafür, großen, und, dann müssen wir das absammeln, aber ich tendiere eher für das Förderband, da können wir auch ein Förderband direkt ins Dings machen, ins, eine BGH, mal sehen, ob das klappt, normalerweise spricht nicht dagegen, ne, hier noch was wegnehmen, und, dann in der Hand, ein in der Hand, auf jeden wenn alles übel gegen die fahrzeug hänger geparkt der war das europa kommt schon in der wahrheit was hat die wege aber die anderen kann ich hier mal wegnehmen hier voll na ja immerhin wie weit bist du na und für den absturz soll es für heute gewesen sein ich danke fürs reinschauen dann sage ich immer tschüss und wenige winkelscher tschau vielleicht sehen wir uns dann zur nächsten folge wieder tschüss